viele haben schon drauf gewartet tipps und zwar diese hier ihr seht das schon ich habe eine extreme länge gewählt ich will euch mal einfach von einer anderen marke auch absichtlich jetzt gar nicht meine stiletto tipp mal daneben halten damit ihr mal seht was das für ein winziger moment hier oben sind sie jetzt an gleicher stelle was das für ein winziger unterschied ist von der länge woran liegt kann ich euch sagen es liegt ganz einfach daran dass ich gesagt habe ich möchte unbedingt dass jeder seine länge selber wählen kann wie er jetzt diese tipps verarbeitet dann möchte ich das ist ja eine kleine auflagefläche jetzt in dem fall dann möchte ich dass es die größe 1 müsste das sein ja genau die größe 1 die größte größe damit man das aber jetzt gut demonstrieren kann sieht man auch hier größe 1 ist eingestanzt auch immer bei meinen tipps damit man weiß was man wenn nachher nach bestellen muss beziehungsweise ich biete ja vorerst immer große 500er packs an da braucht man so schnell nichts nach bestellen so also auf jeden fall ist es so dass bei diesen tipps ist die sind ihr seht das auch schön gebogen warum ist das so das kann ich euch sagen weil wenn ihr sie kurz gestaltet sind sie gerade wenn ihr sie länger gestaltet haben sie halt nachher die richtig schöne biegung ihr könnt daraus mandeln feilen ihr könnt daraus rounds feilen ihr könnt squares sowieso belassen wie immer ihr möchtet das kann man mit den allen mit also mit diesen tipps alles super machen sie sind auch schön flexibel ich will das mal ganz kurz euch demonstrieren zack guckt sie sind schön flexibel ohne dass sie brechen also das nichts gar nichts gebrochen das könnt ihr jetzt hier sehr schön sehen also es ist nichts gebrochen und mal ganz ehrlich das ist wirklich wichtig denn wenn ihr bei der kundin also ihr bringt die tipps an dann drückt ihr sie auf den nagel es soll ja alles so sein wie ihr es gerne hätte also ja was gibt es noch dazu zu sagen eigentlich nichts sie haben regular tunnel also einen kleinen tunnel nicht sehr ausgeprägt weil das oft auch nicht gewünscht ist ja und mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen solltet ihr dazu noch fragen haben zu diesen tipps ja dann schaut einfach in meiner gruppe kurz vorbei und dann beantworte ich die gerne meiner markengruppe auf facebook ja und ich glaube mehr was kann man sonst noch zu einem tipp sagen eigentlich nichts funktionieren einwandfrei denkt immer daran nicht vergessen meinen turbo starken blossom nähkotür tippkleber mitbestellen alter verwalter guckt euch die anderen videos an von den tipps dann seht ihr was ich meine der klebt wie hulle und ich sag mal bis zum nächsten video tschüss bis zum nächsten video